Musik Die Gedenkstätte Ahrensböck beteiligte sich auch an der bundesweiten Aktion zum internationalen Gedenktag Lichter gegen die Dunkelheit am 27. Januar. Wie jedes Jahr ist dieser Tag der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus gewohnt. Von 17 bis 19 Uhr wurde das Gebäude der Gedenkstätte Ahrensböck an der Flachröste 16 in Scheinwerfern angestrahlt.